Du bist mir am... Aua! Das ist doch sowieso so. Sobald ich hier gleich, ähm, ja, den einen Weg gefunden hab, wird da sowieso wieder eine Armee von Gegnern getriggert. Und so wollte ich das eigentlich nicht. Vor allem, weil mir das eben halt nichts bringt. Ach, so genau, so wollte ich das. Hahaha, toll. Nicht zufällig so, dass hier eine Scheibe fehlt. Nein, natürlich nicht. Äh. Ach, Fade, manchmal freut mich echt, was mit hier nicht stimmt. Da willst du hin, ja. Ich hätte auch so gern vieles. Aua. Hm, hier sieht's doch schon vielversprechend aus. Och, aber auch irgendwie scheiße. Moment mal. Äh, super. Ein Lagerhaus. Fühl ich mich als Einzeländer ja gleich schon wieder wie, ja, wie zu Hause. Äh, ja, super. Mädchen, so kommen wir nicht weiter. So kommen wir in unserer Beziehung definitiv nicht weiter. Ich warne euch, wenn jetzt hier irgendwie gleich nur in der Tür ist oder so. Ach, Mensch. Was soll ich denn machen? Du Minion. Komm. Hol dem Gast mal eine Flasche Bier. Hä? Wie versteckt. Ich entferne mich aber immer weiter von allem, wo ich hin soll. Das trifft nicht so ganz dem Scheiß, wo ich eigentlich hin soll. Ich soll da eigentlich doch... Ach, da oben. Okay, da geht's weiter. Ich wollte gar... Ey! Mädchen! Wir müssen definitiv was ändern in unserer Beziehung. Das kann ich angehen, dass ich immer die Brötchen mit nach Hause bringe und du sie einfach nur isst. Das geht nicht. Jemand von uns muss auch Wurst mitbringen. Und schmecken Brötchen nicht. Ach, komm schon. Ich wollte euch noch was anderes aufnehmen eigentlich. Mädchen! Meine Frau heißt Mädchen. Was willst du dagegen tun? Ach so, okay, nichts. Stell dir mal vor, eure Freundin heißt Mädchen. Alles. Glas. In diesem Spiel bekommt man echt eine Abnagung gegen Glas. Da oben ist eine Plattform. So. Oh. Wababababababa. Das willst du doch nicht tun. Spalang, 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 Boy. Kann ich mich nicht hier irgendwo durchtrampeln? Fällt doch hier eh nicht mehr auf, wenn er brucht wurde. Okay, dann eben so. Gott, nee. Blöp. Ach. Verlaub. Hä? Wird das wieder auf? Nee, das bleibt offenbar an. Da stand jetzt auch nichts. Von wegen, sei in der Zeit jetzt wieder da, sonst versohle ich dir den Arsch oder so. Ach. Komm schon. Du willst doch hier auch wieder raus. Ach, ich kann sie von außen aufmachen. Okay. Ich kriege das nicht geschissen mehr. So. Nicht autorisierte Aktivierung des Stroms im Anlagenbereich. Einheiten 2 und 8. Sofortbereich A2 sichern. Der Pika in Zentrale näher. Okay. Sparta! Sparta! So. Hoch da. Und... Wieso wollte ich hier jetzt hin? Okay, so ein... Ja, wir sind nicht Mario, wir können diesen geduckten Sprung nicht. Und wir haben auch keine Peilung, wo wir lang sollen. Das ist natürlich noch schöner. Da spart hat man sich den Weg frei und dann... Ah, okay. Nein. Mädchen. Eben hast du es doch... Eben hast du es doch auch hingekriegt. Müsste gleich unter dir sein. Müsste gleich unter dir sein. Hurensohn! Der will echt, dass ich da runtergehe. Müsste gleich unter dir sein. Hm. Suboptimal. Mädchen. Geh da. Geh da halt nicht rüber. Dann kommst du da aber auch nicht runter. Denk daran. Mädchen. Nicht da rüber springen! Du solltest dich doch eben nur daran festhalten. Du hast doch eben auch geschissen bekommen. Ich meine, ganz ehrlich. Du hast es eben auch geschissen bekommen. Müsste gleich unter dir sein. Willst du mich grad verarschen? Kleine. Du sollst dich... ...nur... ...daran... ...festhalten. Befesthalten. Weißt du? Komm, hier. Ha! Voll auf'm Rücken. So. Es gibt Zeiten, da muss mir das Scheißegal sein. Du willst mich doch grad flachsen, Mädchen! Weißt du? Hier! Klatsch! Ganz ehrlich So Halt die Fresse Du hast nicht gerade wirklich gesagt Schießen sie scharf Du verdammter Hurensohn Äh ja bitte Wie soll ich da runter ohne mir alles zu brechen Hä Jetzt bin ich hier oben falsch oder was Ihr wisst doch auch nie was ihr wollt Ja ja Sie haben mich rüber gemogelt Na und Das bringt mir nichts Hä Das raffe ich jetzt gerade Gar nicht Wie soll ich da runter Hä Und da habe ich gekommen Na super Ich habe also keinen anderen Weg Ist ja ganz lustig Hä Da ist Zaun Da ist Zaun Da ist Zaun Überall ein Zaun Zaun Müsste gleich unter dir sein Müsste gleich unter dir sein Du kommst auch gleich irgendwo drunter Funktioniert alles nicht Hä Müsste gleich unter dir sein Müsste gleich unter dir sein Müsste gleich unter dir sein Das ist zu hoch Aber es gibt hier keinen Weg runter Mann Müsste gleich unter dir sein Halt bloß endlich die Fresse Ja das sieht von hier so aus als könntest du da locker durch Aber kannst du nicht Was Das machst du jetzt zum ersten Mal Moment mal Da ist ein Leiter Da habe ich glaube ich noch nicht geguckt So Ist hier irgendwie Spiele ich hasse dich ja auch Ach das ist doch dumm Scheiße Kaffee Rutsch Da Und die Gegend kurz Na hier ist alles nichts Dann lass es bleiben Dann lass es Was Den ganzen Scheiß nochmal Och man Halt endlich die Fresse Ist mir so scheißegal Ob du die Knochen brichst dabei Von mir Das kannst du aber auch verrecken Und da bauen sie extra noch so eine Stange ein Hallo Oh So ja Oh Roter Text Kann ich nichts mit anstellen Noch mehr Pornos Ist mir Tag Nej Oder Ich bin D Ich bin